Und heute stimmt es wirklich mal, jeder Schuss ein Treffer. Das ist ja schon fast unheimlich, vor allem für die Verteidiger. So, und mit diesem Treffer hier ist dann endgültig jeder Zweifel beseitigt, das Ding ist gelaufen. 6-3 der Spielstand, ein Fest für die Zuschauer und uns, ein Albtraum für die Trainer. Nachspielzeit sind...